so und da sind wir wieder Prozent er hat auch den Bildschirm gesehen wenn ich hab's ein bisschen eilig ich will dieses Kackspiel noch durchspielen zurzeit es gibt jaja ausnahmsweise muss man keine hundert E-Modus sammeln und die alle irgendwie irgendwas überspielen und dafür haben wir jetzt diesen hässlichen Endos-Fight dazu ich gar keinen Mist drauf habe er ist jetzt auch nicht gerade so schwer also nur fucking nervig denn er zieht einen Haufen Leben ab ja wir wissen es ja ich weiß komm schnell da ja lass die Zeit verstrichen guck noch blöd in der Gegend rum dankeschön geht doch hast ja nur 5 Minuten denkst wahrscheinlich du musst jetzt einfach nur den Aufzug aktivieren jaja hast falsch gedacht Mädel oh mein Gott diese Deckel diese Deckel diese Deckenplatte wow 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 was geht was geht ich bin Leimi Aaaaaaah ich mach nur Spaß ich bin natürlich nicht Leimi sooo dann kann ich nur sagen brenn in der Hölle fuck verrecke ja wortwörtlich verrecke naja jetzt verwandelt er sich in seinen hässlichen missgeburten Endform ja hässlich oder hast du schon mal was hässliches gesehen denn ja dann würde ich gerne ein bisschen was äh schau zu meiner Gesundheit aus okay Vorsicht nein aus pfui ich glaub ich bin tot oder aus hoh hoh oh Nein, pfui, aus, ausspucken, pfui. Claire schmeckt dir nicht, Claire schmeckt dir nicht. Endlich, so, verfluchtes, missgebotten Ding. Ich hab dir gesagt, die Claire schmeckt dir nicht. What the fucker? Puh, der beschissenste Kampf überhaupt. Ich hab dir gesagt, Claire schmeckt dir nicht. Muss das sein? Nein. Puh, ja, natürlich, hier fährt er auch noch 5 Stunden runter. Och ja, die Zeit läuft weiter, huhuhu. Bin ich eingelückt, hier Motherfucker. Ja, jetzt kommt die Techno-Version des End-Dings. Wieso auch nicht? Achtet bitte nur auf die Mitte des Wildschirms. Ich werde sehr verbunden. Komm schon, Claire. You can do it. Oh mein Gott, Sherry, nein. Hm? Moment, da ruft jemand an. Hallo? Nein, ich hab kein Kleingeld. Ja, ich hab kein Kleingeld. Ja, du, ich aus. Oh mein Gott, Moment, Claire ist fast tot. Nein, nein, Sherry, lebt noch. Und, was geht? Naja. Wann hat sich eigentlich der, der Leon verletzt? Natürlich. Seht Leon nicht besser aus? Ja, in 4 sieht er auf jeden Fall besser aus. Ja, und das ist das Happy Ending. Ja, ganz bestimmt war es die Jacke. Ne? Ach, äh, das eben war King Venom von Wrestling GVA. Den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Denn, ich bin jetzt auch bei der GVA dabei. Erstmal nur als Mr. Fix It ein... Äh, achso, jetzt kommt der Abspann. Ich hab grad schon... Ein Warbeiter will nach oben. Aber... Es wird noch spannend. Es wird noch spannend. Ähm... Wurscht gar... Oh Gott! Yeah! Techno... Abspann! Oh, schade. Ach doch, da. Wie überspringt man den Abspann? Ich will den scheiß Abspann nicht sehen. Ich will doch den Abspann nicht sehen. Ich will den echt nicht sehen. Äh! Vor allem nicht mit dem scheiß Flimmern. Hm. Fuck. Ja, was könnte ich euch erzählen währenddessen? Ähm... Wusstet ihr, dass... Man zwei Hoden hat? Wenn nicht, dann solltet ihr einen Arzt konsultieren. Fuck! Ich will den scheiß Abspann nicht sehen! Motherfucker! Ich will dich ins Knie! Ich wüsste, ich mach dich... Ich mach dich krank, Nose Reif! Oh! Paul Hannath! Was? Hartzellikürt. Ouch! William Birkin! Der redet... Ach ja! Naja, englisches Skript. Blablabla Oh Gott Geht das nicht schneller? Geht das nicht schneller? Oh komm schon Jungs Ich hab kein Zeitpunkt für den Abspann Ich will jetzt nicht nur ein 5 Sekunden Video haben Darüber wie Käsebrot entsteht Ich hasse es Ah das sieht aus nach dem Ende Ja ja Nein nicht nein Wieso kann ich den Abspann nicht weg machen Wieso Oh das scheint ein kurzer Abspann zu sein Frezu 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 Hast du da wieder deinen Finger im Spiel Capcom Capcom Resident Evil 2 Endlich durch Hat ja nur 3 Jahre gedauert Und jetzt? Ja jetzt warten wir Auf den lieben Gott Ah endlich Nein Gott sei Dank Ja Das ist Claire Wo ist eigentlich das Motorrad her? War das nicht kaputt? Rang A Baby Ah 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 Fickt euch ins Knie Die meine ich kann kein Resident Evil zocken Ja und jetzt? Ja äh Ja Glückwunsch Rang A Ja was hab ich freigeschaltet? Titten? Titten? Gibt's Titten Bilder von hier? Boah bin ich froh dass mein Freund in diesen Scheiß nicht guckt Oh kommt schon Kommt schon Ja speichern Hilfe Ja keine Daten Natürlich nicht Uh Wir fangen dann Irgendwann mit Leon an Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Norm bis dahin aber Jetzt Ja Das war's dann ne Es hat mich gefreut Wir sehen uns bis zu meinem nächsten Projekt Das wird dann wahrscheinlich Resident Evil 3 sein erstmal Äh Ja Und sonst Pfff Abospecial Leider Jetzt keine Zeit Aber jetzt wo langsam die Ferien nahen Äh Werde ich bestimmt mehr Zeit haben Äh Ich bin wahrscheinlich eben voll zugesehen Ich hab schon fast Äh Jetzt 200 Abospecial Time Ne Also es tut mir wirklich leid Und äh Ich kann nur sagen Weiter reinziehen Abonnieren Und Genießen Yeah Ah Das war's Bis dann Von Mosen Durch Baby Cha 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 Klaa Klaa